Schalke 04 wurde beim Zweitliga-Auftakt, den man mit 5 zu 3 gegen den HSV verloren hat, einige Schwächen aufgezeigt, die man aber aufgrund der noch laufenden Transferperiode noch beheben könnte. Generell muss ich sagen, ich hätte das Video auch bei einem Sieg gemacht, also ich will jetzt hier nicht aufgrund der Niederlage den Teufel an die Wand malen, dennoch war das für mich vor allem spielerisch schon ein enttäuschender Auftritt. Gerade im Aufbau hätte ich da doch ein bisschen mehr spielerische Lösungen erwartet von der Reismannschaft, dennoch ist der Kader natürlich rein grundsätzlich schon echt gut aufgestellt für die Zweitliga-Saison, dennoch habe ich jetzt hier mal mindestens zwei Lösungen herausgearbeitet, die man noch verpflichten sollte. Je nach finanziellen Möglichkeiten habe ich sogar noch zwei weitere Vorschläge, allerdings habe ich da halt keinen Einblick und weiß jetzt nicht, wie es da finanziell bei Schalke aussieht. Daher jetzt zunächst einmal die zwei Pflichtoptionen, die man meiner Meinung nach holen sollte und dann noch zwei optionale Transfers, je nach finanziellem Spielraum. Erste Position, wo Bedarf besteht, ist meiner Ansicht nach die Linksverteidigung. Da hat man eben Ovejan im Kader und Matriciani, der da eben auch spielen könnte. Gerüchte gibt es beispielsweise um einen Maxi Wittek, der ist aber meiner Ansicht nach zu ähnlich zu Ovejan und defensiv sogar fast noch schwächer. Daher rate ich da eher von einer Verpflichtung ab und würde mich eher nach einem dritten Profil neben Ovejan als sehr offensiven und Matriciani als sehr defensiven Außenverteidiger umsehen. Und zwar wäre da die optimale Lösung, gibt es natürlich auch Gerüchte. Michael Karpovnik war eben letzte Saison an Düsseldorf verliehen, auch in die zweite Liga von Brighton. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, es haben viele Interesse mit dem HSV, mit Hertha und mit Schalke. Brighton möchte wohl deutlich mehr Ablöse, wie alle drei bereit sind zu zahlen. Dennoch denke ich, wenn es jetzt so weitergeht, dass man da eine Lösung finden kann und würde da sogar eher eine Laie mit Kaufoptionen anstreben, wäre halt einfach die bestmögliche Lösung. Brighton sucht einen Abnehmer, da die Qualität von Karpovnik doch ein bisschen zu schwach ist, als dass er bei Brighton wirklich eine Chance hat, da irgendwie Kaderspieler zu werden. Daher wäre eine erneute Ausleihe in die zweite Liga das Beste. Wenn er erneut Leistung bringt, dann kann man eben bei einem Aufstieg die Kaufoption ziehen oder er wird dann halt eben von Brighton an jemand anderen verkauft, wenn er Leistung bringt und Schalke eben nicht aufsteigt. Spielerisch stellt er, wie gesagt, nochmal ein drittes Profil neben Ovejan und Matriciani dar, da er eben enorm spielstark ist. Er ist rechtsfuß, spielt aber dennoch meistens den linken Verteidiger, kann natürlich auch rechts spielen oder auf der 6, was halt eben mit seiner enormen Spielstärke verbunden ist. Vor allem von links zieht er auch gerne ins Zentrum, kann dementsprechend auch als inverser Außenverteidiger spielen und da hätte man auf jeden Fall mal eine spielstarke Lösung, der durchaus flexibel ist und wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Verpflichtung, da er eben auch letzte Saison schon gezeigt hat, dass er in der zweiten Bundesliga funktionieren kann. Als nächstes wäre noch ein weiterer Flügelspieler interessant, gerade so in der Hinsicht als Bildersatz für die linke Seite, vor allem wenn man mit einem Ovejan als Linksverteidiger spielt, der ja eben gerne die Breite besetzt, ebenfalls wie ein Tobias Moor, der auch eher die Breite besetzt, links mit seiner Spielweise, sind jetzt beides keine Spieler, die in den Halbraum ziehen. Und genau da wäre es so ein Hybrid-Spieler wie Marius Böhlter von Nöten, der einfach so eine Mischung aus Linksaußen und Stürmer darstellt. Und genau da gibt es sogar die perfekte Lösung, wie ich finde. Und zwar ist das Gabriel Vidovic vom FC Bayern. Der Kroate war letzte Saison an Vitesse Arnheim in die Eredivisie nach Holland verliehen und hat da eigentlich eine solide Saison gespielt. Jetzt bei Bayern zurück hat ihn Tuchel eben nicht mitgenommen nach Asien zur Saisonvorbereitung überraschenderweise. Und Bayern möchte ihn wohl abgeben. Und genau da sehe ich jetzt eben Schalke in einer guten Verhandlungsposition. Vom Spielertyp wäre er halt eben wie gesagt der perfekte Bilderersatz für die linke Seite. Kann eben auch zentral spielen und generell passt er auch gut in die Altersstruktur als Talent neben den erfahrenen Karaman und Mohr und neben Kozuki als weiteren jungen Spieler auf dem Flügel. Ich denke die zweite Liga wäre aktuell vom Niveau her perfekt für ihn und seine Entwicklung. Und auch wenn Bayern ihn wohl loswerden will, fände ich da eine Laie mit Kaufoptionen bei Aufstieg ebenfalls für sinnvoll. Ist einfach das beste Konzept, erkläre ich später noch ein bisschen ausführlicher. Und daher Vidovic zu Schalke wäre für mich ehrlich gesagt ein Perfekt-Fit. Den Transfer würde ich echt gerne sehen. Das soweit also meine zwei Laie-Vorschläge. Nun kommen noch zwei Vorschläge als festen Transfer. Je nachdem ob man halt eben noch das nötige Geld dafür hat. Denn da müsste man auch ordentlich für Zweitliga-Verhältnisse in die Taschen greifen. Um sich halt vor allem qualitativ nochmal in der Spitze zu verstärken. Und da fange ich jetzt mal an in der Innenverteidigung. Denn da konnte man nun ja schon Timo Baumgartl verpflichten. Was ich durchaus als echt guten Transfer erachte. Dennoch ist da vielleicht noch so ein bisschen Bedarf. Optional natürlich gesehen. Also die anderen zwei Positionen haben natürlich Vorrang. Ansonsten hat man da halt einen Leo Greimel, der lange verletzt ist. Matriciani, der aber auch für beide Außenverteidigungspositionen Backup ist. Und du hast Ibrahima Sissé, der sich aber im ersten Spiel als nicht wirklich qualitativ gut genug erwiesen hat. Und einen Marcin Kaminski, der eben eigentlich auf der linken Seite gesetzt sein sollte. Wo aber auch die Frage ist, ob man da vielleicht nicht sogar einen besseren holt, falls sich die Möglichkeit ergibt. Und da würde ich eben einen Namen in den Raum werfen, zu dem es auch schon Gerüchte gibt. Und zwar ist das Maxim Leitsch, der bei Mainz eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Aber eben damals bei Bochum unter Thomas Reis, dem jetzigen Schalke-Trainer, echt gute Leistungen gezeigt hat. Und er würde dementsprechend auch extrem gut in das System passen. Da er eben ein enormes Tempo mitbringt, was bei der hohen letzten Linie bei Schalke definitiv von Vorteil wäre. Zudem ist er halt eben Linksfuß, genauso wie Kaminski, würde dann halt eben die linke Seite besetzen. Und ich glaube zusammen mit Baumgartel wäre das echt ein sehr gutes Innenverteidiger-Duo für Zweitliga-Verhältnisse. Also wenn man das machen kann finanziell, dann wäre das auf jeden Fall eine Lösung, die ich für sinnvoll erachten würde. Im Mittelfeld ist man eigentlich echt gut aufgestellt, vor allem defensiv mit Schallenberg, Flick, Tower und so weiter. Und auch zentral hat man gute Achter mit Seguin, Tempelmann, Laza, Uetraogo und so weiter. Dennoch könnte man meiner Meinung nach, sofern es natürlich möglich ist, noch die verlorengegangene Kreativität von Salazar aus dem Zentrum heraus ersetzen. Denn genau dieses Element wird vor allem noch wichtiger wie letztes Jahr, da man gegen viele individuell schwächere Gegner spielt. Und da dann halt kreative Lösungen finden muss, um die zu bespielen. Und da würde ich jetzt einfach noch einen Zehner vorschlagen. Man hat Drechsler, aber ansonsten ist es da qualitativ gesehen jetzt nicht ganz so gut aufgestellt. Und mein Name, den ich hier nennen würde, wäre Dominik Fitz. Er ist 24 Jahre alt, Österreicher und spielt da eben auch bei Austria Wien. Spielerisch gesehen würde ich ihn als Prototyp eines Zehners beschreiben. Also wirklich kreativ, gute, progressive Pässe, Steckpässe. Also er wäre wirklich ein kreatives Element für die Offensive, der einige Chancen herausspielen könnte. Und dementsprechend echt wichtig werden könnte bei einer Verpflichtung. Würde sich natürlich auch dementsprechend kosten lassen mit einem Marktwert von 2,5 Millionen Euro. Also da auch so ein bisschen schwierig, ob man das finanziell umsetzen kann. Ist aber wie gesagt auch nur eine optionale Lösung. Ansonsten denke ich auch, man könnte sich mit dem aktuellen Kader und dem aktuellen Mittelfeld durchschlagen. Aber wenn man halt eben diesen Spielertyp noch zusätzlich dabei hätte, wäre es auf jeden Fall enorm hilfreich für diese Saison. Das soweit alle meine Vorschläge. Dennoch haben natürlich wie vorhin angesprochen die zwei erstgenannten Priorität. Gerade auch von der Position, aber auch von der Verfügbarkeit. Falls man sie echt über eine Laie bekommen könnte. Da muss ich jetzt auch noch dazu sagen. Es hieß ja, dass man zwar weniger Laien machen möchte, wie jetzt letztes Jahr mit Jens, Vandenberg oder Kral geschehen. Aber wenn das Ganze halt eben mit einer Kaufoption bei Aufstieg verbunden ist, ist das einfach der beste Weg, Spieler zu sich zu holen. Die man sonst nicht wirklich bekommen würde und dennoch dann die Möglichkeit hat, bei sportlichem Erfolg sie fest zu verpflichten. Daher würde ich echt für Laien mit Kaufoption plädieren. Das ist einfach ein gutes Modell für Aufstiegskandidaten, wie Schalke eben einer ist. Auch trotz der Auftaktniederlage natürlich sehe ich sie dennoch weiterhin noch vorne dabei in der zweiten Liga. Und drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es mit dem Aufstieg klappen wird. Ansonsten würde mich jetzt mal noch eure Meinung zu meinen Vorschlägen interessieren. Habt ihr vielleicht noch andere, bessere Vorschläge? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!